Hallo Leute, ich habe gerade einen Random Clip gedreht und ich bin jetzt sauer. So, ich stand auf dem Longboard, wollte mir endlich mal meinen ersten Longboard Random Clip drehen. So, dann fahre ich, es war ziemlich windy, man hat eh nur die Hälfte verstanden, nachdem ich mir das hier angeguckt habe. So, dann fliege ich direkt am Anfang, fahre ich über so einen Huppel und lege mich auf die Fresse, ja. Und dann hatte ich den Sturz und alles auf Video, oder ich hatte die Kamera zumindest an, aber irgendwie hat die Kamera den ersten Teil vom Random Clip nicht aufgenommen, ja, die hat er nicht aufgenommen, da ist der Sturz nicht drauf, das Beste am ganzen Video, wo ich mich auf die Fresse gelegt habe, ist nicht drauf. So, dann habe ich noch versucht, den anderen Teil vom Video, der so ein bisschen langweiliger ist, habe ich dann noch auf meinen Computer ziehen wollen, hier sitze ich übrigens, und ja, ich merke, die Videoreter ist kaputt. So, jetzt habe ich die komplette Kamera formatiert und fange nochmal von Neuem an. So, scheiße, das ist dabei rausgekommen und am Abend habe ich auch noch was. Das ist jetzt nicht so wild, hat auf jeden Fall weh. Und dann saß ich da auf der Straße, naja, auf jeden Fall, ja, das habe ich dann aber rausgeschnitten, oder... Ja, aber es hat ja nicht aufgenommen. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich nur, jetzt eigentlich nochmal den eigentlichen Random Clip machen, den ich da gerade eben versucht habe, aber es nicht hingekriegt habe. Also, ich wollte sagen, erstmal, ich habe ungefähr vor anderthalb Stunden das, ähm, Unterwasser-Video hochgeladen. Wir wissen, das ist, äh, oder, oder kurze, kurze Eigenwerbung auf meinem eigenen Kanal, ist ja logisch. Das wäre dieses Video hier. Ist jetzt total unnötig, aber guckt es euch einfach an. Auf jeden Fall, das habe ich hochgeladen und ich wollte sagen, dass, äh, oder ja, ich hoffe, es gefällt euch. Habe ich da aber auch schon gesagt. Und dann wollte ich sagen, dass das Gamescom-Video kommt. Das sind über zweieinhalb Stunden Videomaterial, deswegen muss ich das alles noch fertig schneiden. Das dauert eine Weile. Und ich wollte noch sagen, äh, ich wollte mich eigentlich über was aufregen, aber das wird jetzt nichts mehr. Ich wollte nämlich, also jetzt ist der Effekt wieder weg. Ich war nämlich mit, äh, zwei Kumpels longboarden oder skaten bei meinem Kumpel und dann fahren wir abends, das war so um 22 Uhr, fahren wir einen Berg runter und plötzlich werden wir vom Hund angefallen und der Hund zerfrisst meinen, äh, oder, oder beißt sich in meinen Longboard fest und da sind jetzt überall Manken drin und das ist gerade mal knapp sechs Tage alt. Aber die alte muss hat, also die Hundebesitzerin muss das, äh, bezahlen und alles, bla, Polizei, egal. Das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Jetzt ist der Effekt leider weg, aber die Information wollte ich trotzdem noch rüberbringen. Und ja, dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag und, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.